Hallo, heute habe ich ein Video für euch zum Thema Finanzen. Da hatte ich euch mal gefragt und haben doch echt einige in die Kommentare geschrieben, dass sie Interesse hätten, wie ich meine Kommentare, wie ich meine Finanzen natürlich im Überblick behalte. Und deswegen gibt es heute das Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und es geht direkt los. Zuallererst muss ich sagen, ich habe zuerst meine Finanzen im Überblick behalten, indem ich sie in Form einer Tabelle eingetragen habe. Das heißt, ich habe einfach ein DIN A4-Blatt genommen, es quergelegt, auf die linke Seite meine Eingaben gemacht, auf die rechte Seite meine Ausgaben und dementsprechend das den kompletten Monat eben notiert und immer dazu geschrieben. Zum Beispiel, wenn ich es bei Amazon bestellt habe, war der Titel Amazon. Wenn ich für Lebensmittel Geld gebraucht habe, war es halt unter Lebensmittel. Und so habe ich dann eben Einnahme für Einnahme und Ausgabe für Ausgabe den ganzen Monat komplett runtergeschrieben und am Ende unterm Strich zusammengezählt und dann natürlich geschaut, wie viel bleibt übrig oder wie viel habe ich diesen Monat überzogen. Allerdings war das für mich dann irgendwann zu aufwendig, weil, geben wir es doch mal zu, mittlerweile sind wir alle ein bisschen faul geworden, seitdem wir Smartphones haben. Und deswegen habe ich mich auf die Suche nach einer gut tauglichen App gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, weil irgendwie war ich mit keiner App so richtig zufrieden. Entweder sie konnte für mich zu wenig oder sie konnte zu viel. Und dann bin ich letztendlich auf eine App gestoßen, mit der ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen bin und mit der ich eigentlich echt gerne meine Finanzen regelt quasi. Die App nennt sich Mein Budget. Ich verlinke sie euch gerne mal unten in der Infobox und ist, soweit ich mich erinnern kann, sogar kostenlos. Also ich habe, glaube ich, nichts dafür bezahlt. Ich hoffe, das ist auch noch der aktuelle Stand. Und ich denke, ich kann euch am besten davon überzeugen, wenn ich euch einfach mal zeige, wie diese App so aufgebaut ist. Wenn ihr die App also öffnet, habt ihr erstmal so eine Startseite, nenne ich es immer. Bei mir ist es so eingestellt, dass zum Beispiel immer der jetzige Monat dann erstmal aufploppt. So, erstmal zum Grundprinzip. Ihr habt unten zwei Knöpfe, einmal Plus für Einnahmen. Einmal Minus für Ausgaben. Und das sind eigentlich die zwei Hauptknöpfe, die diese App ausmachen. Ihr könnt über Einnahmen eure ganzen Einnahmen im Monat hinzufügen und über Ausgaben eure ganzen Ausgaben hinzufügen. So, jetzt klicke ich zum Beispiel hier auf das Plus für Einnahmen. Jetzt sagen wir mal, ich habe heute von meiner Oma 50 Euro geschenkt bekommen. Dann ist oben in der obersten Zeile, wo Titel steht, Platz für den Titel. Hier gebe ich zum Beispiel Oma Geschenk ein. So, dann könnt ihr wählen zwischen verschiedenen Motiven. Da könnt ihr auch beliebig welche hinzufügen. Hier habe ich eben sieben verschiedene Stück allgemein. Kleiderkreisel, Nebenjob, YouTube, Geschenk, Lohn, Taschengeld. Hier bietet sich natürlich das Geschenk an. Und dann gebe ich über diese Tastenfelder den Betrag ein. Da gebe ich eine 5, eine 0, dann haben wir bald noch nicht 50 Euro, sondern erst 50 Cent. Also ihr müsst immer die Nachkommastellen auch noch mit eingeben, also dass es auf 50 kommt. Und dann können wir hier noch auf Datum klicken. Heute ist der 1. Oktober. Wenn ich es heute bekommen habe, passt das natürlich. Wenn ich das für heute auch eingebe, muss ich nicht separat nochmal auf Datum klicken. Dann speichert es automatisch für den heutigen Tag. Habe ich aber zum Beispiel vorgestern vergessen, das Geschenk quasi aufzunehmen in meine Bilanz. Dann gebe ich zum Beispiel den 30. September ein oder den 29. September. Je nachdem, wann es war. Also ihr könnt auch immer in die Vergangenheit zurückdatieren. Ihr könnt aber auch dann schon für die Zukunft weiterdenken und für die Zukunft eine Ausgabe oder Einnahme eben einplanen. So, ich mache das jetzt eben für den 1. Oktober. Bestätigen. Und dann oben rechts in der Ecke aussichern. Jetzt seht ihr hier schon, bei Einnahmen steht 50 Euro. Wenn ich draufklicke, seht ihr, ich habe jetzt mal einen Test minus 1 Euro gemacht und unten drunter kommt gleich Oma Geschenk. Und so geht eigentlich das ganze Prinzip. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausgabe habe, zum Beispiel, ich habe mir ein Buch gekauft für, keine Ahnung, ein Buch. Ich schreibe jetzt mal Harry Potter, damit ich auch natürlich weiß, welches Buch es war. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, wie präzise ihr eure Ausgaben oder Einnahmen benennt. Für mich ist eigentlich, ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so, dass ich sage, ich gebe jetzt alles haargenau ein, sondern ich gebe zum Beispiel bei einer Amazon-Bestellung nur Amazon ein. Wenn ich shoppen war, dann gebe ich zum Beispiel shoppen ein. Also nicht, dass ich sage, okay, Einkaufsladen so und so. Und wenn ich das Buch gekauft habe, okay, für 15 Euro. Also sichern. Aber das mache ich jetzt zum Beispiel mal am 3. Oktober bestätigen. Und sichern. So, was ich aber auch noch sehr gut an dieser App finde, weil zum Beispiel, wenn man monatliche Einnahmen hat, zum Beispiel den Lohn bekommt, dann kann man das auch über diese App einstellen, dass es auch wirklich jeden Monat immer wieder kommt. Dafür gehe ich auf Einnahmen. Dann gebe ich zum Beispiel Lohn. Ich gebe jetzt mal 450 Euro ein. Und dann gehe ich auf Datum. Und da seht ihr schon unten, da habt ihr vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich wiederkehrend. Der Lohn kommt natürlich monatlich, also wähle ich monatlich wiederkehrend an. Und je nachdem, wann das Geld dann eben überwiesen wird, bei mir ist es zum Beispiel immer Ende des Monats. Dann gebe ich natürlich zum Beispiel den 30. Oktober an. Und wenn ich das jetzt wiederum bestätige und sichere und speichere damit, dann wird das wirklich jeden Monat einfach automatisch aufgenommen. Da muss ich nicht jeden Monat separat eingeben, wie viel habe ich verdient. Das ist natürlich nur sinnvoll bei gleichbleibenden Beträgen. Also wenn sich die Beträge ändern, macht diese Funktion natürlich nichts Sinn, weil ihr es dann im Nachhinein immer noch ändern müsst. Aber für sowas wie gleichbleibenden Lohn oder Versicherungsbeiträge bei Ausgaben oder ich weiß ja nicht, was für Beiträge ihr sonst noch bezahlt. Dafür ist diese Funktion ganz nützlich zum Beispiel, wenn ich irgendwie jährlich meine Kfz-Steuer bezahlen muss. Dann weiß ich, okay, es ist immer im September zum Beispiel fällig. Also kann ich das jährlich wiederkehrend einstellen. Dann vergesse ich es auch nicht einzutragen. Und ich kann schon für die Zukunft planen und weiß, okay, im September ist das und das fällig. So immer, wenn ihr irgendwie in diese App reingeht, habt ihr eben den laufenden Monat. Hier haben wir zum Beispiel Oktober 2016, Einnahmen 500 Euro, Ausgaben 16 Euro. Das sind in der Summe plus 484 Euro diesen Monat. Und ganz unten der Saldo, der zeigt euch an, wie viel ihr gespart habt, seitdem ihr diese App benutzt. Ja, bei mir ist das jetzt eben schon eine Menge, weil ich die App seit April nutze. Also ich glaube Mai oder April war es und dementsprechend zeigt es dann eben unter den Strich an, wie viel ihr gespart habt. Und was ich auch noch ein ganz gutes Gadget finde, wenn ihr, muss ich mal gucken. Genau, ihr könnt entweder auf dieses Fenster klicken, dann kommt ihr eben auch in diesen laufenden Monat rein. Oder wenn ihr im Hauptfenster, oben links auf diese Geldbörse finde ich, sieht das aus. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr eben auch in den laufenden Monat. Wenn ihr aber auch mal sehen wollt, so hey, was habe ich denn seit Nutzung dieser App überhaupt insgesamt komplett ausgegeben, dann geht ihr einfach unten links auf Filter und schaltet Zeige nur folgenden Monat aus. Fertig. Und dann kommen wirklich alle Ausgaben und Einnahmen, seitdem ihr diese App eben nutzt. Und könnt dann nochmal nachschauen, okay, was war denn im Mai los, was war denn im Juni los, was war denn im Januar los, was war denn letztes Jahr im August los. Und so könnt ihr eben eigentlich eure Finanzen ganz gut im Überblick behalten. Ich persönlich mag es aber allerdings mehr, wenn ich eigentlich nur den laufenden Monat sehe. Ihr könnt auch zum Beispiel nur euch die Einnahmen anzeigen lassen, nur die Ausgaben. Also man kann schon vieles mit dieser App anstellen. Wenn ihr zum Beispiel aber auch die Sachen mal ausdrucken wollt, damit ihr das irgendwie abheftet oder so, könnt ihr auch einfach auf Export es per E-Mail schicken oder an eure Dropbox. Und von dort aus könnt ihr dann einfach eure Übersicht ausdrucken. Und wenn ihr eben solche bestimmten Motive bei Einnahmen oder Ausgaben hinzufügen wollt, geht ihr einfach oben rechts auf das Zahnrad, also Einstellungen, dann Einnahmenkategorien. Und da seht ihr zum Beispiel meine ganzen Motive, die ich mir eben angelegt habe. Falls ihr ein neues auswählen wollt, geht ihr einfach oben rechts auf das Plus und dann könnt ihr verschiedene Motive auswählen. Ihr könnt zum Beispiel die Palme für Reisen nehmen oder einen Apfel für Lebensmitteleinkäufe, das App für vielleicht irgendwelche Internetbestellungen und so weiter und so fort. Also da kann man echt schon viel machen. Und das sind eigentlich so die Funktionen der App, die ich regelmäßig nutze. Vielleicht kann man auch noch viel mehr damit machen, aber eigentlich braucht man wirklich nicht mehr, um seine Finanzen damit im Überblick zu behalten. Natürlich macht so eine App auch nur Sinn, wenn ihr dann alles wirklich aufschreibt, weil ich meine, es bringt ja nichts, wenn ihr die Hälfte vergesst. Dann wisst ihr ja letztendlich auch nicht am Ende des Monats, wie viel bleibt mir jetzt eigentlich über oder habe ich vielleicht doch ein bisschen zu sehr über die Stänge geschlagen. Aber das Gleiche ist natürlich beim Handschriftlichen auch immer das Problem, dass man sich denkt, ja, ja, das trage ich das nächste Mal ein oder trage ich halt nach und dann vergisst man es. Also solche Sachen machen wirklich nur dann Sinn, wenn man da auch wirklich konsequent ist und wirklich jede einzelne Einnahme und jede einzelne Ausgabe aufschreibt. Und in dieser Startseite könnt ihr eben auch, wenn ihr oben auf diese braune Leiste, wo der aktuelle Monat steht, draufklickt, könnt ihr die separaten Monate euch nochmal anzeigen. Das sind zum Beispiel Mai, Juni, Juli, August, September. Also da könnt ihr dann auch nochmal den Monat, den vergangenen Monat an sich anschauen oder den Mai zum Beispiel jetzt bei mir, kann ich nochmal nachschauen, okay, was war denn in diesem Monat genau los? Was habe ich eingenommen? Was habe ich ausgegeben? So, das war es uns eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, ich finde diese App eigentlich wirklich gut. Ich komme wirklich sehr gut damit klar. Ihr müsst natürlich für euch entscheiden, ist es für euch vielleicht handschriftlich lieber, dass ihr die Sachen wirklich auf einem Blatt Papier euch aufschreibt oder in einem Heftchen oder wie ihr es eben möchtet. Oder ob ihr sagt, okay, mit dem Smartphone bin ich vielleicht nicht ganz so faul und trage wirklich alle Sachen ein. Aber es ist wie gesagt euch überlassen, wie ihr damit am besten zurechtkommt. Es gibt natürlich auch Leute, die brauchen das gar nicht, dass sie sagen, ja, nee, ich weiß, ich passe auf mein Geld auf jeden Monat und ich muss jetzt nicht genau wissen, ob ich jetzt 400 Euro im Monat übrig habe oder 450. Ich persönlich mag es aber lieber, wenn ich wirklich genau weiß, okay, was ist genau am Ende des Monats übrig geblieben. Nicht, weil ich mein Geld andauernd ausgebe oder keinerlei Gefühl dafür habe, aber ich fühle mich einfach sicher. Und dann weiß ich einfach, okay, so und so viel Geld muss auf meinem Konto sein. Wenn nicht, dann ist da irgendwas schief gelaufen. Und ja, ich persönlich mag es einfach, wenn ich ein bisschen genauer weiß, wie der Stand am Ende des Monats ist oder vielleicht sogar am Ende des Jahres. Aber wie gesagt, sonst hätte ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, wie viel ich zum Beispiel jetzt seit Mai 2016 gespart habe. Und in dieser App sehe ich das eben direkt, was auch nochmal, finde ich, echt ein sehr großer Vorteil ist. So, das war es jetzt eben auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie mir natürlich gerne wieder in die Kommentare stellen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und bis dahin. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020